Es ist wirklich inspirierend. Es ist so ein Freude, dass du deinen Arbeit in Person sehen kannst. Es beginnt auch wirklich jetzt und da ist dieser Typ. Mir wurde gesagt, dass es der Salomon Grundy ist. Sieht hier echt anders aus, der Salomon Grundy? Oh, Hallihallo. Es gibt keinen Weg raus. Es gibt immer noch einen anderen Weg hier, Batman. Alle die Menschen, die Thomas Wayne zu diesem Ort verabschiedet haben, unabhängig. Sie sprechen durch die Wälder. Seine Gehörer gehen. Sie wissen den Weg. Die ist krank im Kopf leider. Aber ich kann Alfred Pennyworth helfen. Geh mich zu ihm. Mein Glück. Jetzt sind wir angekommen, Leute. In den Untergeschoss von Arkham Asylum. In dem Keller, sage ich mal. Vicky! Aufhör, zeig dich. Du hast schon verloren. Du bist krank, Vicky. Du brauchst Hilfe. Du bist krank. Du brauchst Hilfe. Also, kann man verstehen, warum du sauer bist, aber trotzdem, du bist krank. Du bist nicht gut, Vicky. Ja, wirklich. Du brauchst professionelle Hilfe. Ja, aber er wäre nur helfen, der Batman ist ein Symbol und er ist ja nicht krank. Batman ist dann noch relativ stabil. Geh! Der Butler muss sterben. Die Payment für Thomas Wanns Seine. Er hat meine Familie weggebracht, also ich nehme seine Söhne weg. Wenn du wirklich willst, den Butler zu retten, bring mir Bruce Wayne. Ich wollte gerade sagen, also das, was dir zugefahren ist in der Nähe der Vergangenheit, ist schon wirklich krank. Wirklich. Aber lass erst mal Alfred gehen. Dann holen wir dir Bruce Wayne. Ja. Ich bringe dir Wayne. Aber zuerst, lass Alfred Pennyworth gehen. Nein, nein, nein. Ich habe Angst, dass er das einfach zu tun hat. Du machst so viel für einen alten Mann. Also, das sind alles Dinge, die einen Menschen krank machen können. Und da kann ich auch verstehen, warum sie eben so drauf ist. Wie gesagt, man kann es nicht rechtfertigen, was sie gemacht hat, aber... Ich würde auch durchdrehen. Aber ich bin froh, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Du weißt, Batman, ich verstehe wirklich nicht. Warum hast du mich kämpft? Ich habe große Dinge für Gotham getan. Falcone und Hill verdienen zu sterben. Hm. Wenn ich nichts mache, habe ich dir in Ordnung. Aber ich habe das gleiche Kampf, Batman. Kannst du das sehen? Wir wollen das gleiche Dinge. Ich will nicht darüber reden. Falcone und Hill haben, was sie verdienen. Das ist ziemlich der Schritt, Batman. Ich glaube, ich habe keine Abschäume. Ich glaube, ich habe keine Abschäume. Sie sollten nicht hier sein. Die auch selber Scheiße gebaut haben. Die auch selber Scheiße gebaut haben. Er schützt hinter seinem Status und Gewalt. Er ist ein Geist. Er verlangt andere Menschen, um seine Werte zu tragen. Du bist mein Gegenwart, Batman. Oh shit! Vicky, es reicht. Es langt, Vicky. Das Spiel ist vorbei. Was ist das denn hier für ein Gebiet? Ist das hier so ein Labyrinth? Ein Keller von Arkham Asylum? Was zum Geil ist das hier unten? Ich weiß, warum ich eine Maske weine. Es ist, wer ich bin. Wer ich immer zu sein wollte. Was für dich? Große Gänge. Lange Gänge. Du weißt, dass du die Maske weißt? Oder um zu sein, wer du wirklich bist? Bist du der Mann? Oder die Maske? Die Maske ist ein Symbol. Einige schämen es. Aber für andere bringt es Hoffnung. Als ich es zuerst sah, fand ich es sehr inspirierend. Und wenn du es getan hast, werde ich diese Maske auf meine Wände legen. Aber erstens, ich werde den Mann drinnen sehen. Immer diese Schalwellen, die sie schießt. Alter, das ist so laut bei mir in den Kopfhörern. Das ist unglaublich. So, Vicky, du tust sie jetzt. Bleib doch mal hier, Alter. Hör auf, hier rumzurennen, wie so eine kleine Idiotin. Ist das der Arkham Gott, oder was? Oh. Oh, sie hat mit dem schwarzen Jungen, ähm, sag ich mal, eine Verbindung, also, sie hat einen Schattenblenden verbracht. Ich glaube, sie mochte diesen Jungen auch. Sie... Sie kamen. Sie würde Kindern, glaube ich, nichts tun. Aber nur den Menschen, die es verdient haben und ihr Schaden zugefügt haben. Ich wusste, dass du gekommen bist. Der Mann, der Mann, die ich dir gemacht habe. Hör auf, Alfred. Sie sah, wo sie ging? Sie hat einfach... ...gespärscht. Ich werde dich raus. Über dich! Oh mein Gott! Interessant, wie du mit ihm sprachst. Das ist das Mitgefühl. 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 Das ist mehr hier, als du sagst. Das macht mich gefragt. Das macht mich fragen, ob du wirklich glaubst? Ja, jetzt... Die Maske abnehmen. Die Maske abnehmen. Lasst mich den Mann, du wirklich... Maske abnehmen oder Überraschungsangriff. Wir machen das, oder? Für Alfred. Komm, wir ziehen die Maske aus. Jetzt sieht sie, dass er Bruce Wayne ist, der Batman. Den Mann, den sie suchen wollte und finden wollte. Nein. Das steht genau vor dir. Dumme Bitch. Das muss sich ein bisschen ein Trick sein. Bruce Wayne, er wird niemals der Mann, der Batman ist. Er ist nur für ihn selbst. Sie ist voll, äh... grad am durch drin, ey. Oh, aber natürlich. Jetzt verstehe ich. Als Batman, kannst du auf die Wege, die Defenslosigkeit, wie dein Vater gemacht hat. Eine wirkliche Lüge. Ich kann nichts ändern, was mein Vater getan hat. Hör auf, anderen in den Schutz zu schieben. Du hast recht. Ich kann nichts, ich kann es nicht ändern. Aber ihm tut es auch leid, dem Bruce. Ja, ja, das will Bruce auch nicht. Komm, Vicky, jetzt sei nicht so. Das wissen wir alle. Oh, shit. So fühlt es gerade auch an, äh, wie Bruce Waynes blutiges Ohr, genau wie bei mir jetzt hier. Richtig laut wieder. Warum ist es so laut bei mir? Ich eule gleich. Oh, yo. Das ist auch für den Ruhe, du Idiotin. Ich glaube, Bruce ist jetzt am rechten Ohr aus seiner Sicht jetzt taub, ne? Er ist selbst taub. Sie will nicht hören, also müssen wir ihr Fäuste geben. Die Kuchen zu vor einer, ja, egal. So. Was war das denn gerade, Batman? Keine Ahnung, Alter. So, bläm! Komm, einschlag ins Gesicht und sie ist down. Ein guter Schlag ins Gesicht und sie ist KO. Oder ein guter Tritt. Guter Treffer erstmal. Aber ein richtiger Schlag und sie ist im Krankenhaus. Oh, Junge. Du bist krank. Sehr gut, Batman. Ohne Stab ist sie eigentlich niemand, würde ich sagen, oder? Ohne ihren Stab und ihre Jetpack-Schuhe, Alter. Ihr Werkzeug. Aber wenn nicht, ist sie auf jeden Fall. Also schnell ist sie. Das ist schon mal klar. So, jetzt gib ihm. Nimm den Stab und weg damit. So. Jetzt gib ihm. Oh mein Gott. Sie können auch so kämpfen, Alter. Oh, ihre Jetpack-Schuhe immer noch, Alter. Wie, G.S. reicht jetzt wirklich das? Rüber reden jetzt, Mann. Einfach reden. Mund bewegen und Stimmbänder anstrengen. Dann geht es doch. Aber es ist wohl nicht, Alter. Aha. Sehr gut, Batman. So. Bäm! Ohohohoho. Scheiße. Finde dich, Vicky. Es ist vorbei. Nichts wird mich aus meiner Waschwerf zu halten. Ich könnte sie nicht allein helfen. Aber man kann ihnen nicht mehr helfen. Egal, was wir sagen tun, sie will Bruce Wayne tot sehen. Ich glaub, es gibt keinen Weg mehr, ihr zu helfen. Sie muss erschlagen werden. Eingesperrt werden. Oder im schlimmsten Fall, muss man sie töten. Was meinst ihr? Ich würde sagen, aber umbringen Am besten wäre einsperren, aber So ein Mensch wird nicht mehr geheilt werden Also, sie wird so lange leben, bis du dann stirbst Oder Ja Wischen, was ich meine So, Junge, let's go Und sie trifft uns nicht sehr gut Sehr geiler Stark, Batman Jetzt geht's fliegen, aua Aber ich glaube, sie hat echt eigentlich ein gutes Herz Ihre Ware persönlich hat ein echt gutes Herz, aber Ihre andere Seite, ihre kranke Seite Ja, die ist halt besessen, ne? So, er stützt alles ein hier Wo ist eigentlich Alfred? Ist ihm gut, den Alfred? Das ist immer noch doch der Alfred Okay Es wird Zeit zu schlafen Also Gebt ihr Batman Ban, Junge Jetzt geht's schlafen Sandmann ist vorbei Ich sehe deine wahre Gesicht Ich versuche es nie Ich werde nie Vertrauen könntest du eh nicht mehr, weil du jetzt, ähm, ja, tot bist, also Ich würde ja sagen, ruhe sie in Frieden Obwohl sie so jetzt in Frieden ruhen eigentlich Weil ihr Leben bestand nur aus Kacke Aus negativen Sachen Wie gesagt, Elterntod, wurde als Kind missbraucht Und jahrelang musste sie jetzt Daran hinarbeiten, Rache zu haben Gegen Bruce Wayne Und ja, ich hoffe, sie wird jetzt wirklich friedlich ruhen Eine Woche spät sein Eine Woche spät sein Eine Sprecherin für die GCPD Er assured uns, dass der Breakout Es wurde enthalten und Alle Inmates wurden zu ihren Zellen Miss Vale ist missing and presumed dead Following a gruesome Battle With the Caped Vigilante Known only as the Batman Her death Marks the end of children of Arkham Reign of Terror If the public knew the half of it It's better that they don't Any word from Miss Kyle Ist das Bailey's oder was? With everything that's been going on I haven't gotten a chance to thank you for what you did Sacrificing your identity for my safety But it was a dangerous thing to do You could lose everything Dass ich lieber Maske abnehme Anstatt dass du stirbst, ne? Für dich Without you None of this would work You are my family Genau You don't know how good it is to hear you say that But what would it say to me is to hear you say that After everything that happened And you're here At least there's something left of it Can he but not hear you Dr. Tompkins assured me it adds character Ah, hören kann ja, okay, das ist gut We will get through this, Bruce Don't lose sight of the fact that you've done some real good for Gotham Was wird noch andere geben? Oh ja Was wird noch andere geben? Lady Arkham Penguin Harvey They won't be the last to threaten Gotham Likely not But you'll be ready In the meantime Let us hope for some peace To peace Den gibt's noch Mr. Freeze Killer Crocs Bane Und auch viele weitere Schurken Gegen Batman Gordon requested Gotham's leaders to stand behind him Leaders like you Let Gotham see who Bruce Wayne truly is And let them know what you plan to do for his future This could be a fresh start For you And for this city Though in Gotham The only figure that can make as much impact as a Wayne Is Batman You've helped this city tremendously Both as Bruce Wayne And Batman And that person Whether he dons a cape or not Is someone I'm proud of And honored To call my friend Thank you 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 So What do you intend to do About tonight Well Lucius has yet to invent a suit that will let Bruce Wayne and Batman be in the same place as once Gibt es jetzt eigentlich so ein Batman Nanotech anzugehen in irgendeinem Comic oder so Nanotech Das wäre ja nicht ganz praktisch, ne Für Bruce Wayne und Batman As Bruce You can help prepare the damage done to your name Get the public support So that you can change things from the top down But Batman is a symbol of justice and strength Maybe in these dark times That is truly what Gotham needs the most Ja, ich denke Batman wird seine Zeit noch bekommen Also Bruce Wayne muss jetzt mal seine Ehre wiederherstellen Wie Zuko in Avatar sagen würde Batman wird glaube ich seine Zeit noch bekommen Deswegen wird jetzt Bruce Wayne erscheinen Eben ein bisschen gute PR mitnehmen, natürlich auch Und dann, ja, als Batman weitermachen, ne Wir gehen als Bruce Wayne Wenn ich daran denke, werde ich dann unten auch noch die anderen Wege Verlinken, wenn jetzt zum Beispiel jetzt Batman hier aufkreuzen würde Jetzt in diesem Fall beim GCPD um 0.05 Uhr Ich denke, das ist erst morgens, 12.05 Uhr würde ich mal sagen Oder was passieren würde, wenn wir die Maske bei dieser WikiVay-Sache und bei Alfred nicht abgenommen hätten Ja, ob dann Alfred vielleicht so ein bisschen traurig wäre oder so, wer weiß Kommissioner Gordon, jetzt bist du geworden, Gordon, hast du verdient, du bist der Beste Neben Batman und Alfred Es wird Danke, dass mich zu haben, Kommissioner Oh yeah Auf, oh Na new Was hast du benutzt, eine Schnauhe? Aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass du einen Anruf hast. Und nach dem wunderschönen Geschäfts in deinem Mann, ich weiß, Harvey war ein guter Freund von deinem Freund. Wenn du so verletzt hast, dann würde ich nicht schuldigst du für dich, was du getan hast, ist kein Geheimnis. Diese Leute, alle gesehen, es gibt mehr für Bruce Wayne, als nur die Playboy. Die öffentliche Meinung ist, dass du dich herumschraubst. Es wird Zeit des Mars ich kennenlernen, ja. Ja, auf jeden Fall. Diese Leute, haben keine Ahnung, wer wirklich Bruce Wayne ist. Aber das wird bald verändern. Oh? Ich freue mich, den realen Bruce Wayne auch zu wissen. Ich hoffe, Batman könnte auch sein. Ich würde ihn gerne treffen, er schützt Gotham. Vertrauen sie ihm eigentlich? Ich denke mal, ja, oder? Du musst eigentlich jetzt... Bei Gott, dann musst du so jemandem vertrauen, die Batman. Sie spielen mit meinen Regeln? Nein. Aber für diese Stadt? Ja. Sie sind bereit für dich, Herr Kommissioner. Herr Kommissioner. Ich bin ein paar Zeiten wie diese, ich kann mich nicht so fühlen, dass ich mich auf die Hoffnung auf die Hoffnung habe. Aber ich habe Hoffnung. Hoffnung, dass wir zusammen, wir können uns wiederholen, was war verletzt. Und in den letzten paar Wochen, wie viel Verrönt und Gefahr, wie ich gesehen habe, ich habe auch gesehen, die Bürger dieser Gemeinde zusammen verbunden, um diese Gefahr zu kämpfen. Und einer dieser Menschen ist Bruce Wayne. Hallo, hallo, alle zusammen. Hallo, ich bin's, der Wayne, der Bruce Wayne. Ja. 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 Ich bin heute hier, um nicht nur zu zeigen, meine Unterstützung für unsere Kommissioner, aber auch für diese Stadt. Viele von euch haben verletziert, verletzungen. Und einige dieser verletzungen kamen von meinem eigenen Vater. Oder zumindest, als результат von seinen Aktionen. Nein. No matter how much I want to, I can't change the past. Gotham's so-called Golden Age was built on corruption and lies. But that doesn't mean that going forward we can't do things differently. We have to do things differently. If my recent incident with Harvey Dent has shown me anything, it's that I can no longer sit on the sidelines. My family's wealth was built on the suffering of others. I think it's time to repay that debt. I plan to use my resources to improve the city and make the lives of its citizens better. And to that end. Bessere Polizei oder Arken für die Zukunft erneuern? Polizei. Auf jeden Fall die Polizei. Auf jeden Fall die Polizei. Also, äh... Ja, ohne Polizei kommt auch niemand in den Arken Missalum rein. Deswegen, ähm... Polizei. Verbessern. Auf jeden Fall. Muss. Muss. Das ist klar. Muss einfach. Muss einfach. Die Polizei wird die technologisch verbessert Polizei in dem Land. Weil die Menschen in Gotham verdienen, sich sicher zu fühlen. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. der Cliffhanger, ne? Für... kommende Spiele im Batman-Universum. Just... Joker. Der John Doe ist draußen und will Bruce Wayne Söhnen. Ist, ähm... Ja, ein guter, 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 ähm... Überleitung. Gute Überleitung für ein anderes Spiel. Ja, also, ähm... Geiles Spiel. Muss ich sagen. Also, Batman The Telltale Series. Hab ich schon sehr oft erwähnt. Wirklich ein grandioses Game, ähm... in dem... in... im Universum. Was die Telltale-Macher wieder gemacht haben. Mit den Figuren. Wirklich absolut geil. Dann würde ich sagen, würde ich auch schnell kurz mal die Entscheidung durchlesen, hier. Und, ähm... Ja. Was hast du mit der Münze gemacht? Wir haben sogar, ne? Havi entscheiden lassen. Mehr als die Hälfte. Also, die kleine Mehrheit. Äh... Hast du Alfred sein Verhalten und Thomas Wayne gegenüber zum Vorwurf gemacht? Also, die große Meinung hat gesagt, ne. Wir haben gesagt, er ist nicht schuld. Und fast 30% haben halt gesagt, es ist unwichtig, wer schuld ist und wer nicht. Ja, ähm... Ist... Ja. Ist okay eigentlich. Ähm... 90% haben Cillian Mads und Dieben gesehen. Ich glaube, wir haben es auch mit ihr verkackt, weil wir gesagt haben, dass wir sie lieben, oder? Ich glaube, deswegen weiß ich sie von... äh... Weil sie auch ein bisschen mad auf uns. Aber 90%. Okay. Ist echt eine... große, große Mehrheit. Ich denke, die 8%, die wollten aber schauen, wie es... wie es ist, wenn man das sagt. Aber 90% ist schon eine hohe Zahl. Wir machen weiter. Und die große Mehrheit hat auch die Maske abgenommen. Deswegen, ich muss mal schauen, was hier passieren würde. Hätten wir jetzt gesagt, ne. Wir machen die... Wir nehmen die Maske nicht ab. Deswegen. Sehr, sehr krass. Wir tauchen als Bruce Wayne auf. Und das hat auch die Mehrheit getan. Okay, Leute. Da würde ich sagen, war ein cooles Let's Play. Cooles Video wie zu Let's Play. Es war mein zweites Let's Play auf diesem Kanal. Wie gesagt, meiner YouTube Laufbahn. Also, war wirklich wieder eine coole Reise, muss ich sagen. Da würde ich sagen, Leute. Ähm... Staffel 2 ist auch auf dem Kanal. Ähm... Habe ich vor 2 Jahren und 1 Jahr Let's Play. Bin ich mal sicher. Auch ein cooles Spiel, muss ich sagen. Muss überlegen, ob ich jetzt dann auch Let's Playen werde. Da würde ich sagen, Leute. War... Spaßig, wie gesagt. Gerne Supporten, Leute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Projekt. Und ich wünsche euch noch was, Leute. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao.